Hallo Eishockey-Freunde und herzlich willkommen hier auf V-Stell Hockey. Mein Name ist Philipp und ich darf euch heute wieder recht herzlich zu einer neuen News-Ausgabe begrüßen. Zu den News gibt es ein paar Änderungen, denn der Sendeplatz hat sich von Montag 20 Uhr auf Dienstag 18 Uhr verschoben, denn das kann ich einfach mit meiner Arbeit besser vereinbaren. Und die zweite Neuigkeit ist, dass ihr nun in der Videobeschreibung schon die Zeitstempel findet, wann die diversen Themenblöcke anfangen. Zu Beginn der News schauen wir wieder bei eishockeyonline.at vorbei, denn auch diese suchen nach Verstärkung. Und zwar für die Standorte Klagenfurt und Villach als Redakteur und in Dornbirn sucht man einen Redakteur und Fotograf. Wenn du also Interesse daran hast, dann melde dich bei der nun eingeblendeten E-Mail-Adresse oder schau in die Videobeschreibung, wo du die E-Mail-Adresse auch nochmal findest. Als nächstes möchte ich euch in Facebook auf die E-Mail-Store-Seite aufmerksam machen und euch bitten, dort nichts zu kaufen, denn diese Fanartikel, die dort angeboten werden, sind keine offiziellen Fanartikel der Vereine. Wenn ihr wirklich Fanartikel tragen wollt, kaufen wollt, dann geht bitte in die Fanshops der einzelnen Vereine und unterstützt diese dort. Ein tolles neues Projekt hat nun Matthias Tratnik ins Leben gerufen und zwar das Eishockey-Einmal-Eins. Das Ziel dieses Projekts ist es, wieder mehr Kinder für die Eishockeysportart zu gewinnen und auch diese Sportart in der Gesellschaft wieder mehr zu verankern. Der erste Termin fand nun beim Red Bull Salute in Kitzbühel statt und weitere Termine auch in anderen Regionen können erfolgen. Ein weiterer fixer Termin ist schon für Salzburg angesetzt und zwar Ende Oktober, Anfang November. Generell richtet sich dieses Projekt an Kinder bis 10 Jahre, die auch erst mit dem Eishockeysport angefangen haben und möchtest du deine Kinder daran teilnehmen lassen, so melde dich jetzt einfach unter dieser eingeblendeten E-Mail-Adresse an oder schau einfach nochmal kurz in die Videobeschreibung, wo du nochmal die ganzen Informationen dazu findest. Ja Freunde, die Champions-Hockey-League hat auch schon begonnen und unsere drei österreichischen Vertreter Klagenfurt, Wien und Graz waren bereits im Einsatz. Die Klagenfurter, also unser österreichischer Meister, konnte dabei mit einem 3-2-Sieg gegen Tapera Tampea aus Finnland gleich mal den ersten Sieg einfahren und im zweiten Spiel gegen die Norweger Frisk Asker gab es einen weiteren Sieg mit 3-0. Die Wiener mussten sich leider nach einem sehr starken Spiel gegen die Eisbären Berlin und dann gegen einen anderen DEL-Vertreter, und zwar die Adler Mannheim, mit 1-6 geschlagen geben. Auch gegen den schwedischen Rekordchampion Duke-Ardennes Stockholm gab es da noch eine Niederlage, die fiel aber wesentlich niedriger aus und zwar mit 1-2. Die Graz 99ers, die ja zum ersten Mal in der Champions-Hockey-League mitspielen konnten, am ersten Spieltag gleich überraschen und haben den Titelverteidiger Frölunda Göteborg in Schweden mal mit 6-5 besiegt. Im zweiten Spiel gegen die Cardiff Devils gab es dann eine Niederlage nach Penaltyschießen, aber für die ersten zwei Spiele der Moser Medical Graz 99ers in der Champions-Hockey-League ist das schon eine sehr respektable Leistung. Wenn ihr die Highlights der Champions-Hockey-League-Spiele sehen wollt, so schaut einfach auf YouTube auf deren Channel vorbei. Ich habe diesen euch jetzt hier oben mal verlinkt und ihr findet den Link auch in der Videobeschreibung. Blicken wir nun in die Kader der Teams, denn dort hat sich in der letzten Woche noch einiges getan. In Dombien zum Beispiel gab es eine Neuverpflichtung mit Robin Gartner, der vom Klangfurter AC kommt. Robin Gartner hat ja mit dem KAC und dem HC Bozen in den letzten zwei Jahren jemals die Meisterschaft in der ersten Mal-Greis-Hockey-Liga gewonnen und ich denke, er bringt da einiges an Siegermentalität mit nach Dombier. Punktemäßig schaut er für mich wie ein sehr solider Verteidiger aus, konnte sich auch in der letzten Saison nochmals zum einen Punkt steigern, was jetzt nicht die große Ausbeute ist, aber ich denke, das wird er in Dombier weiter fortführen können und weiter ein solides Spielspiel. Wer die Bulldogs nun aber schon wieder verlassen hat, ist Verteidiger William Render, der ja erst zu dieser Saison aus Wolfsburg in die EBL kam. Nach ausführlichen Gesprächen mit Experten und der medizinischen Abteilung hat man sich darauf geeinigt, den Vertrag aufzulösen und wie die sportliche Zukunft des Verteidigers jetzt aussieht, bleibt vorerst noch offen. Wechseln wir nun nach Villach, denn dort gibt es mit Christoph Wappis einen neuen jungen Österreicher im Team. Christoph kommt ja ursprünglich aus Villach und ist dann mit 16 Jahren in die Organisation der Red Bulls gewechselt, von denen er nun auch ausgeliehen wurde. Er kann bereits auf Einsätze in der Erste Bank-Eishockey-Liga zurückblicken, sowie auch in der Champions-Hockey-League und dem österreichischen Nationalteam. Christoph gilt auch als ein Spieler, der mit sehr viel Speed daherkommt und sehr beherzte Einsätze zeigen kann. Ebenfalls noch ein Villach ist nun Brody Reid, der ja letzte Saison noch für die Dombion Bulldogs auf dem Eis stand und er ersetzt nun den Weißrussen, der keinen weiteren Vertrag bekommt. In der Liga ist ja Brody Reid kein unbekannter Spieler, denn er war die letzten vier Jahre schon in der E-Belt tätig. Zwei Jahre für Bozen und zwei Jahre für Dombion. Wenn ich mir so seine Statistiken anschaue, finde ich schon, dass die relativ gut sind. Für mich macht es eher so auch den Anschein, dass er ein relativ kompletter Stürmer ist. Also er kann nicht nur Tore schießen, sondern sie auch vorlegen. Und ich denke, das ist immer davon abhängig, mit wem er auf dem Eis steht. Sein kongenialer Partner zu Zeiten in Bozen und aber auch in Dombion war ja Joel Broder, der ja nun mittlerweile bei den Haien in Innsbruck spielt. Warum das Brody Reid aber nun so lange auf einen Vertrag in Dbelt warten musste, ist für mich etwas unerklärlich. Ich denke nun aber, dass er preislich wesentlich günstiger war, als wie zu Ende der letzten Saison. Blicken wir nun in die Bundeshauptstadt Österreichs, denn die Viener Capitals haben sich nun den 22-jährigen Dario Winkler von den Red Bulls aus Salzburg ausgeliehen. Der Tiroler, der ja mit 14 Jahren von Innsbruck nach Salzburg gewechselt ist, wurde 2015 von den Brandon Wheat Kings an 120. Stelle in der zweiten Runde in die Western Hockey League gedraftet. Und nach zwei Spielen bei den Brandon Wheat Kings gab es dann einen Transfer zu den Everett Silvertipps, wo er dann in 57 Spielen noch 12 Punkte erreichen konnte. Nach dieser Saison ging es dann aber schon wieder zurück nach Salzburg und in weiterer Folge konnte er dann aber auch schon an einem Nachwuchscamp der New York Islanders teilnehmen. Also für mich ein Spieler mit einem sehr interessanten Spielerprofil und ich bin gespannt, was er diese Saison in Salzburg nicht erreichen wird, sondern in Wien. Bei der VU-Faker gibt es mit Marte Gaspar einen neuen Tryout-Spieler. Marte Gaspar ist ja auch kein Unbekannter in Österreich, gilt ja als Eishockey-Österreicher, hat ja auch die ungarische Staatsbürgerschaft und war die letzten Jahre durchgehend in Linz unter Vertrag. Wenn man seine Statistiken ansieht von der Ibizel-Liga oder auch von der Young Stars League, die lesen sich relativ gut. Nun gilt es aber zu beweisen, was kann er im Erwachsenen-Eishockey erreichen und ich bin gespannt, ob er sich im Team von Patrice Lefebvre einen Vertrag erspielen kann. Ebenfalls neu bei der VU-Faker ist ein Kapitän. Nach dem Abgang von Josi Riener zu den Adlern aus Kitzbühel gibt es mit Dylan Stanley einen neuen Kapitän und dieser wird unterstützt von Steven Bernsteel und Smile Samacic. Auch die Alpshock-League-Mannschaft des KAC wurde nun nochmals verstärkt und zwar mit dem 23-jährigen Verteidiger Petra Hansson aus Schweden. Petra Hansson wurde 2015 von den New York Islanders getraftet und hat aber den Schritt nach Nordamerika nie gewagt. Dafür hat er in Schwedens Nachwuchsnationale Teams sowie auch der höchste und zweithöchste in der schwedischen Liga schon einiges an Erfahrung sammeln können. Über Facebook musste ich dann einen Kommentar eines scheinbar ausgebildeten Trainers sehen, der dazu meinte, ja, soviel zum Nachwuchskonzept des KAC. Aus meiner Sicht denke ich, ist es absolut legitim, sich auch in einem Nachwuchsteam einen Legionären bzw. einen jungen Legionären zu holen, denn die jungen Österreicher können von diesem Spieler auf und abseits des Eises einfach nur dazulernen. Der ehemalige Lustenauer Etowille-Archioma hat nun mit dem SC Riesersee einen neuen Verein gefunden, war ja diese Woche auch schon mit dem Team in Fekir zu Gast. Und ich denke, in der dritten deutschen Eishockey-Liga kann er absolut zeigen, was er drauf hat. Er hat es schon bei uns in der Alps-Hockey-League bewiesen und am Ende von der Saison wird er sicher einer der Topscorer in dieser Liga sein. Es gibt drei weitere Spieler aus der Alps-Hockey-League, die nun einen neuen Verein gefunden haben. Der erste ist Mikko Virtanen, der ja letzte Saison in Dombien für den EC-Bring zur Wahl gespielt hat. Und er wechselt nun wieder nach Hause in seine Heimat Finnland und heuert da in einer der unteren Ligen an. Ebenfalls nach Hause geht es für den Norweger Martin Gran, der ja die letzten zwei Jahre für Kitzbühel und Fassa relativ erfolgreich in der Alps-Hockey-Liga gespielt hat. Und er spielt nun wieder in der höchsten norwegischen Liga. Nach Großbritannien zieht es den letzten Olegs Sislanikovs, der ja auch ein Jahr für Kitzbühel, genau in der gleichen Saison wie Martin Gran, gespielt hat. Und letzte Saison in Ritten war. Auch er war punktemäßig eigentlich ein sehr guter Performer in der Alps-Hockey-League und versucht sich nun in Großbritannien bei den Halb-Pirates, aber in einer der unteren Ligen. Es wird gespannt sein, diesen Spieler zu verfolgen und wie er diese Liga auseinanderschießen wird. Das war es nun von den Transfers der letzten Woche. Blicken wir nun zu den Juniors aus Salzburg, die ja in Sochi beim Junior World Cup mit dabei waren. Und diese konnten diesen auf Platz 4 beenden. Das Spiel um Platz 3 ging gegen Olun Kerpet aus Finnland leider verloren. Somit war es nur der vierte Platz, aber das ist eine sehr beachtliche Leistung für das österreichische Eishockey. Wobei man schon auch bedenken muss, dass die Red Bulls natürlich immer viele junge Legionäre auch mit im Team haben. Die U18 des KAC ist derzeit in Schweden unterwegs und konnte sich in zwei Spielen nun einmal durchsetzen. Und einmal gab es eine Niederlage. Die Niederlage gab es im ersten Spiel gegen Tings Rietz AIF mit 5 zu 6. Und gegen Karlskroner HK gab es einen 4 zu 2 Sieg. Erneut eine Verletzung gibt es bei den Black Wings in Linz. Denn Juraj Wallach hat sich im Testspiel gegen Amur bei einem Zusammenstoß mit Teamkollege Medfin im rechten Knie einen Bänderiss zugezogen. Dies zwingt den Verteidiger nur zu einer Pause von 6 bis 8 Wochen, aber der Kader der Linzer ist dementsprechend tief aufgestellt, damit sie diesen Ausfall derzeit kompensieren können. Den ersten Verletzten muss nun auch der EHC Luschnau beklagen, denn mit Frederik Rasmussen hat sich nun ein neuer Stürmer im Testspiel gegen den HC Ajwa eine Oberkörperverletzung zugezogen. Ich habe uns hier mal die Szene aus dem Livestream des EHC Luschnau rausgesucht und wir lassen dies nun mal abspielen. Wir können nun nachher gleich unten gut erkennen, wie Frederik am unteren Rand des Bildes die Scheibe übernimmt. Nun über die rote Linie geht ins Augustrittel der Schweizer hinter das Tor und nun den Check ausfasst und dabei hat er sich leider an der Schulter verletzt. Mit Ryan Duncan hat nun ein ehemaliger Red Bull Spieler sich dazu entschieden, seine Karriere zu beenden. Ryan Duncan war ja insgesamt neun Jahre in der Organisation der Red Bulls tätig, davon ein Jahr in München und acht Jahre in Salzburg. Neben seiner beachtlichen Statistik von 418 Vorrundenspielen mit 395 Punkten oder auch 123 Playoffspielen mit 106 Punkten in der EPL, war Ryan Duncan für mich der einzige Legionär, der wirklich über Jahre hinweg in Salzburg immer wieder einen neuen Vertrag bekommen hat. Nun hat er sich dazu entschieden, seine Karriere zu beenden und in diesem Sinne wünsche ich Ryan Duncan alles Gute. Kommen wir nun zu den letzten zwei Themen der heutigen Ausgabe und blicken wir dabei endlich mal nach Ungarn, denn Fehava hat sich mit einem 4 zu 3 Sieg über Ferenc Varos den ungarischen Supercup gesichert. Wie in der letzten News-Ausgabe schon angekündigt, hat nun das Südtiroler Summer Classic stattgefunden, mit den Teams von Bozen, Kladno, Nürnberg und den Stavanger Eulers. Die Bozener konnten sich dabei gegen Kladno und gegen Stavanger durchsetzen und sich somit den Sieg beim Südtirol Summer Classic holen. Jaromir Jager und sein Team aus Kladno mussten sich leider zweimal geschlagen geben und belegten somit nur den letzten Platz. Ja Freunde, das war es wieder mit den News aus der letzten Woche. Wenn dir das Video gefallen hat, so lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da, abonniere kostenlos diesen Channel, aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst und wir sehen uns nächste Woche wieder.